Hallo meine lieben Kreativen, bevor ich jetzt gleich ins Bett gehe, weil ich nämlich wieder Frühschicht habe, wollte ich gerne mit euch zusammen das Unboxing machen für die Firma One Day Saving. Ja, die Post kam nämlich an und das muss ich euch natürlich zeigen. Ja, ich habe drei verschiedene Artikel mir diesmal ausgesucht. Zum einen ist es ein Diamond Painting, zum anderen ist es etwas anderes Kreatives, aber das zeige ich euch jetzt. Und was ich nicht vergessen darf, bei dem Diamond Painting Bild gibt es noch eine, ja eine Besonderheit, aber das zeige ich euch. So, ich hole als erstes mal das Bild raus. Da haben wir einmal das Diamond Painting, dann ein kleines Tütchen, was drin ist, zeige ich euch noch nicht, das kommt gleich erst. Und noch etwas anderes. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit diesem hier. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, weil ich habe zweimal die gleichen geschickt gekriegt. Ich habe sie doppelt. Aber das ist nicht schlimm. Gerade gucken. Zwei, vier, sechs, acht. Genau, also ich habe sie doppelt. Ich habe sie zweimal bekommen. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Aber da ist eine andere, andere Nummer drauf. Ne, ist das gleiche. Ja, ist das gleiche. Mal gerade gucken nach den Größen. Doch, ist das gleiche. Genau, und zwar sind das nämlich Häkelnadeln. Die fand ich total cool. Ja, es gibt jetzt mittlerweile auch Häkelnadeln bei One Day Saving. Ich kann gerade das Licht ein bisschen höher machen. Dann kann ich euch das nämlich besser zeigen. Wie gesagt, ich habe sie zweimal bekommen. Es sind beides die identischen. Es sind jeweils acht Stück. So, genau. Und ich fand die total schön, weil die, wie gesagt, hier drauf Rosen haben. Und vorne die Spitze ist lila. Ja, ich fand die total cool. Ähm, wir haben da einmal die Größe 2,5. Gerade nach der Größe hier gucken. Moment. Dann haben wir die Größe 3. Dann haben wir die die Größe 3,5. Dann haben wir 4. 4,5. 5, 5, 5 und die Größe 6. Ja, also 6 ist natürlich die Größte. Also dadurch ist halt die Spitze sehr dick. Ne, und, ähm, genau. Die werden wir auf jeden Fall zusammen testen. Ich denke mal, wir testen dann die 3er. Weil mit der 3er arbeite ich ehrlich gesagt am liebsten. Ähm, es gibt davon auch noch ein anderes Set. Also ich habe mich jetzt für die Größen entschieden. Es gibt noch eins, da geht es auch noch kleiner. Also auch in den 1er-Bereich von den Größen her. Aber wie gesagt, ich fand das am besten. Ja, ne, wie gesagt, hier schön mit den Röschen da drauf. Fand ich richtig, richtig schön. Und vorne auch die Spitze in lila. So, genau. Die habe ich zweimal bekommen. Ich weiß nicht warum, aber ist auf jeden Fall gut, weil dann werde ich einen Härtetest machen. So, das nächste ist zum Stricken. Ja, ich bin ja gerade dabei, ein Tuch zu stricken und ich wollte auch bald wieder anfangen mit Socken stricken. Und, ähm, ja, die Leute, die auch stricken, kennen, denke ich mal, das Problem. Es kann immer mal passieren, dass von der Nadel die Maschen abgehen. Und deswegen habe ich mir diese coolen Dinger hier besorgt. So, das sind Hände, die als, ähm, als Stopfen benutzt werden können, damit die Maschen nicht abhauen. Also, das heißt, ihr macht dann einfach, ihr habt hier hinten ein Loch und dann macht ihr das einfach auf die Nadel. So, machen wir die Seite und die Seite und wenn ihr dann nämlich Pause macht, dann können euch die Maschen nicht abhauen. Ich finde das richtig cool. Ja, musste auf jeden Fall mit. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ähm, ich habe mich jetzt halt für Pink entschieden und in einem Set, da sind, äh, zwei, vier, sechs Stück drin. Genau. Ja, ich habe mich, wie gesagt, für Pink entschieden. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte, das ist natürlich klar, ne? Und, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Werden wir auch testen zusammen, ne? Wir werden das auf Herz und Niede testen. So. Machen wir das mal gerade wieder da hin. So, da war doch gerade echt mein Speicher voll. Ähm, genau. Wir machen jetzt gerade schnell noch das Bild, bevor mein Speicher wieder voll ist. Ähm, genau. Die Besonderheit bei dem Bild hier ist, es sind AB-Steine dabei. Mädels, AB-Steine. Ähm, ja, hier haben wir einmal ein Wintermotiv. Ich finde das total niedlich. Das, äh, Bild hat 35 Farben. Runde Steine. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen, weil mein Speicher ist gleich wieder voll. Ähm, genau. Sehr guter Druck. Ähm, wir haben dabei ein Toolkit mit einem Stift, Wachsschiffchen und einer Pinzette. Und dann kommen wir schon zu den Steinen. Und ich sehe schon die ABs. Ja, wir gucken mal gerade, wie viele ABs wir drin haben. Und damit ihr seht, dass ich kein Blödsinn erzähle. Es sind ABs drin. Ja, so, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wenn ihr es richtig gesehen habt, 10 AB Farben. Richtig, richtig cool. Und eine tolle Quali. Ja. Ja, in diesem Sinne. Ich mache es jetzt gerade ein bisschen schneller. Ein Dankeschön an One Day Saving für die klasse Produkte. Und wir testen. Bis dahin, ihr Lieben.